Nächstes Mal durchdrehende Frauen. Wann war unser erstes Date? Ach, easy. Du dummes Arschloch, Alter. Ja, aber wir haben doch mal eigentlich gehabt. Außerdem blinde Typen. Easy links! Easy zurück! Dicke Hose, dicke Luft. Ich hab heute echt schwere Eier, muss ich echt sagen. Irgendwann kann es sein, dass mir ein Arschloch, Alter, bleibt. Mir ist das scheißegal. Weil du ein Arschloch bist. Und die erste Nominierung. Wer fliegt raus? Ich bin für mich verlogen, hinterfotzig und deswegen kriegst du meine Stimme. Ja, es ist ja. Und ich bin für die erste Nominierung. Ich bin für die erste Nominier. Ich bin für ein Arschloch, Alter. Ich bin für die neue Arschloch, Alter. Ich bin für die fünf Tage. Ich bin für die Waren. Untertitelung des ZDF, 2020